ja mit leute ich nehme das an dem sonntag auf wir haben es sechs grad 9 uhr 53 für dieses video jetzt aber ich habe schon vorher was aufgenommen ihr werdet es ja dann sehen stuhlgang für den sonntag flüssig kleines spielchen oder kleines experiment für euch wer von euch hat alles eine alexa nein ihr müsst ihr euch jetzt nicht einführen und mir war heute morgen so langweilig und da habe ich die alexa mal was gefragt über ein dörfchen ja ich blende euch mal ihre aussagen ein und dann erzählt oder schreibt mir dann in die kommentare was euch aufgefallen ist also los geht's alexa wie ist das wetter in zobis tut mir leid ich kenne diesen standort nicht alexa wo liegt zobis das könnte deine frage beantworten ist in deutschland die postleitzahl von ist 0 8 5 4 1 befindet sich in neuensalz und liegt in sachsen alexa wie ist das wetter in zobis in sachsen beträgt die temperatur aktuell 6 grad celsius bei klarem himmel und sonne der heutige wetterbericht sagt überwiegend sonniges wetter voraus mit einer höchsttemperatur von 12 grad und einer tiefstemperatur von 4 grad und ist der hammer oder zobis wird herausgepiept warum auch immer aber gibst du sagst du als schauerbergwetter und so oder das kommt aber zobis nicht liegt es vielleicht nur an meiner wie gesagt testet es mal bei eurer und schreibt es in die kommentare also medlof aus